Insgesamt 400 Journalisten stehen auf der Warteliste für das Spiel Argentinien gegen Nigeria hier im Ellis Park in Johannesburg. Sie hoffen jetzt eine Stunde vor Spielbeginn die nicht abgeholten Tickets der Journalisten in Empfang nehmen zu können. Die werden nach einem nicht näher bezeichneten Verfahren verteilt. Vorne steht jemand, der die Namen ausruft und man hofft seinen Namen zu hören gegen den Vuvuzela-Lärm und dann nach vorne zu gehen und sein Ticket zu bekommen. Trotz dieses etwas undurchsichtigen Verfahrens bleiben alle Kollegen aber sehr ruhig. Es gibt kein Gedrängel oder Geschubse und auch bisher keine Flüche.